Ich will eine E-Mail vorlesen. Ich weiß ja gar nicht, wohin. Ich will die gar nicht, dass ihr die zeigt, weil ich hab die nur vorhin mal hier zu meinen interessanten E-Mailen gemacht. Und muss die echt mal vorlesen, weil das euch mal zeigen soll, was wir so pro Tag immer für fantastische und vor allem auch inhaltlich überdachte und überlegte und gute E-Mails bekommen. Da hat mir mich Waldemar7 geschrieben. So, der Betreff war so ein Mist, beantworte meine Frage. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ist ja schon mal vom Satzbau und vor allem von der Sintag falsch, weil so ein Mistbeantworter meine Frage hätte Ausrufezeichen und nicht Fragezeichen gebraucht. Und dann schreibt er. Hi Michi, du durchgeficktes, angebummstes Arschloch. Wie bitte? Können wir das gerade nochmal bitte? Ah, Herr Angebummste, Entschuldigung. Ich hab jetzt die grammatikalischen Fehler aus, also ich lese jetzt mit grammatikalischen Fehler und all das. Hi Michi, du durchgeficktes, angebummste Arschloch. Wie bitte? Du Penner zockst doch die ganze Zeit Counter-Strike, anstatt zu arbeiten. Ich krieg die Scheiße nicht zum Laufen. Konnte sein, dass mein System zu schlecht ist? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Gratulation Waldemar, diesmal hast du die Fragezeichen richtig benutzt. In Klammern glaub ich aber nicht. Mein System. Jetzt kommt's. Schnellt euch an. Abgesehen, bis zu diesem Punkt. Also, fassen wir zusammen. Hi Michi, du durchgeficktes, angebummstes Arschloch. Du Penner zockst die ganze Zeit durch Counter-Strike. Nee, also weder bin ich angefickt. Arschloch, na gut. Lässt dich drüber reden. Das lass ich mir, lass ich mir, lass ich mir drauf gehen. Und ich krieg schon irgendwie die Anweisung, nicht ganz so vulgär. Da bin ich nicht. Nee, das, Waldemar. Waldemar. Und dann, Counter-Strike, nee. Die PCler lassen mich überhaupt nicht mehr mitspielen, weil ich immer Teamkiller bin und das überhaupt nicht auf die Reihe kriege. Also, ich bin kein Counter-Striker. So, und dann aber, am meisten finde ich wirklich die Sache, dass mein System zu schlecht ist, glaube ich nicht. Und dann kommt sein System. Mein System. Okay, ich bin Konsole, hab von PCs keine Ahnung, aber bei dem System. Intel 486DX 66 Megahertz, 16 MB RAM, 8 MB Arti Rage 3 Pro. So, Hannes, nennt man das überhaupt noch System oder ist das eigentlich Taschenrechner? Äh, Museumsstück. Museumsstück. Stimmt, Waldemar. Solltest du mal einstecken, irgendwie zum römisch-germanischen oder sowas. Da hat es zwar immer noch nicht, also die Römer hatten, glaube ich, schon aktuellere Systeme, aber probier es mal. Vielleicht kriegst du ja noch zumindest eine warme Mahlzeit oder sowas für dein System. Und dann, zu meinem Lieblingssatz kommen wir noch. Also Rage 3 Pro, schreib zurück, du Arsch-Consolero. War noch nicht mein Lieblingssatz, war noch nicht mein Lieblingssatz. Ich meine, wir wissen, was er von mir will, aber deswegen konnten wir damit rechnen. Aber jetzt. PS. Schuldige für die nicht so nennten Worte. Schuldige für die nicht so nennten Worte. Okay. Unglaublich. Waldemar 7 at. Na gut, wir lesen die Adresse jetzt nicht vor. Es ist nicht Giga4U. Ich bin wirklich ergriffen. Ja, ne? Also das ist, da weiß man doch, wofür man arbeitet. Und dem Waldemar verarschen bist du wirklich gut. Nein, 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 nein. Das war keine Verarsche. Also ich meine, ich nehme mir das zu Herzen. Ich werde auch antworten. Waldemar. Ich werde antworten. Aber wir spielen weiter. Nur mal so als Information. Oh, ich hatte gerade bestoffen. Ja, genau. Da sind wir wieder zurück bei unserem Alien. Falls ihr euch fragen solltet, was wir so täglich für E-Mails bekommen. Mach mal schnell weiter hier. Du, Angen. Ja. Nee, komm, ist ja gut jetzt, Michael. Ist ja gut jetzt. Entschuldige für die nicht so nennten Worte. War doch nett. War nett gemeint, oder? Ja. Ach, du meinst, er meinte nett? Ja. Aber lieb gemeint. Ja, ja, ich muss auch sagen. Ja, unsere kleine Speckmade in der Regie. Die hat sich jetzt das Vokabular auch schon angeeignet.